Ja, Bernhard, herzlich willkommen zum Zoom-Call heute. Liebe Grüße nach Berlin, schön, dass es geklappt hat. Und du hast ja einen ganz tollen Online-Kurs, einen Videokurs gemacht. Der geht über 40 Stunden. Der Titel heißt The Secret of Life, Verschlusssache Mensch. Und wir wollen uns heute mal darüber unterhalten, dass es ein Stück weit für die Teilnehmer für Transparenz sorgt. Dass sie ein bisschen am Anfang schon mal wissen, um was es geht. Das soll heute Sinn und Zweck der Sache sein. Genau. Ja, erstmal, lieber Thorsten, liebe Grüße nach Dresden. In der Hoffnung, dass bei euch auch die Sonne scheint. Ja, geht so. Geht so, weil... Im Herzen scheint so, ja. Bitte? Im Herzen scheint die Sonne und draußen ist es halbe halb. Ja, also hier in Berlin ist es wunderbares Wetter noch. Zur Stunde. Vielleicht bleibt es auch. Ja, okay. Ja, Video-Online-Kurs The Secret of Life. Vielleicht kann man es auch im Hintergrund ein bisschen erkennen. Ja, kann man gut lesen. Also, das sind ja über 40 Stunden und mein Grundgedanke war damals, die ersten fünf Filme dafür zu benutzen, dass wir den äußeren Mantel von Mensch und Welt ja ein bisschen durchleuchten, durchgehen, durcharbeiten. Dann gibt es noch einen inneren Mantel. Dieser innere Mantel bezieht sich dann wirklich auf das Innere des Menschen und lässt dann durch die Fragestellungen, durch die Themenbereiche vielleicht den einen oder anderen mal hineindenken, hineinspüren, hineinblicken, wie er sein ganz persönliches Leben für ihn, ja glücklichen Lebenssinn orientiert. Also, also als mal als Grundgedanke, ja. Okay. Wollen wir direkt einsteigen? Ja, gerne. Steigen wir direkt ein. Gut. Also, bevor wir zum ersten Thema kommen, dein Video-Kurs besteht ja aus zwölf Themen, würde ich ganz kurz mal ein paar Worte zu dir sagen. Du bist ein Mensch, der mittlerweile auf diesem Segment seit über 30 Jahren im Geschäft ist. Ja. Du beschäftigst dich mit den Themen Menschenkenntnis, Selbsterkenntnis, Körpersprache gehört da auch mit rein, Mensch sein, Mensch werden, das sind so deine Schwerpunkte. Dafür giltst du als Top-Experte in der Branche und du ziehst dein Wissen. Das kann man jetzt nicht auf der Schule oder auf der Universität lernen, das kann man auch schwer aus Büchern herauslesen, dass man zumindest mal ein bisschen den Rahmen hat, wer du bist, was du machst und wie erfolgreich du bist. Lass uns vielleicht gleich mal zum ersten Thema kommen. Herr Dorsten, vielleicht nochmal ein paar Worte zu dem, was ich die letzten über 35 Jahre getan habe, gemacht habe und wo ich persönlich meine Arbeit sah und sehe. Einmal in den Bereich Urhebräisch, weil ich musste ja auf Spuren suchen gehen, wollte auf Spuren suchen gehen. Da war natürlich immer die Frage, wo findest du reines Wissen, das noch nicht eingefärbt ist, das noch nicht jeweiliger Tradition entsprechend verändert worden ist. Oder häufig hat man ja auch bei Buchautoren, dass sie ihre eigene Meinung mit hinein gleiten lassen. Manchmal auch gezwungen durch, ich denke gerade an das 1930, 40, dort war es ja dann auch in eine bestimmte Richtung hineingeschrieben worden. Dann lässt sich aber bitte genauso auf, ich habe ja auch ein Lexikon geschrieben, die vergessene Symbolik der Bibel und selbst in der Bibel muss man manchmal ein bisschen aufpassen, in der heutigen Bibel, mit welchen Traditionsgedanken das Ganze dann übersetzt worden ist. Und da hat mir Urhebräisch eben den Nutzen geboten. Ich meine hier bitte nicht Hebräisch, sondern Urhebräisch im Sinne von Zeichen und Zahlen. Da steckt ja auch das Wort drin, Zahlen erzählen. Dann war der Gedanke noch, weil ich viel in der hermetischen Tradition, also das ist eine griechisch-ägyptische Richtung, zu Hause war und dort dann natürlich auch irgendwann an Kybalion oder Smaragdtafeln gekommen bin. Und dort natürlich dann auch wieder die Schlüssel gebraucht habe, um ein bisschen mich davor zu schützen, im Sinne die späteren Eingleitungen ein bisschen draußen vorzulassen. Und natürlich dann auch noch Sanskrit, wenn wir im indischen Bereich dann wären, denkt bitte hier an den ganzen Yoga-Bereich. Ich meine hier auch nicht das Yoga, das heute praktiziert wird im Sinne von Leibesübungen, sondern ich meine hier das ursprüngliche Yoga. Und das war meine Motivation, an diese reinen Übersetzungen zu kommen, also Urtexte, die dann, soweit für mich machbar war, zu übersetzen und dann daraus natürlich dann die Schlüsse zu ziehen. Es geht ja letztendlich immer darum, dass wir Menschen mit den Auftrag haben, weil wir hier sind, uns auch ein bisschen um unser Selbst, um unser Bewusstsein oder um unsere Seele zu kümmern. Und das ist der Urgedanke meines Video-Online-Kurses. Und der äußere Mantel bezieht sich sehr stark erstmals zu verstehen, was ist denn momentan in der Welt los oder was gibt es für Gesetzmäßigkeiten, die ich vielleicht ein bisschen beachte. Ich denke gerade an das Polaritätsgesetz. Es gibt ja Menschen, die sehr in die Extreme gehen und ihre Lebenszeitenergie dafür verwenden, ganz, ganz stark über irgendwas sich aufzuregen, ob jetzt für oder gegen. Und die große Frage lautet, muss das immer sein oder gibt es die Möglichkeit, sich ein bisschen in die Mitte zu stellen und die Polarität wird es immer geben. Es wird immer geben Tag und Nacht, es wird immer geben hell und dunkel und jetzt kann ich mich aufregen, es ist wieder dunkel und kann es ganz schlimm machen, dass es so dunkel ist. Sondern mich ein bisschen rauszunehmen für die Menschen, für die es machbar ist. Es gibt ja Menschen, für die es auch nicht machbar ist, die immer in den Extremen sein müssen. Leider können wir jetzt hinzufügen. Und um den Menschen hier in den äußeren Bereich erstmal aufzuzeigen, ihn mitzuteilen und mit ihm durchzugehen. Schau mal hin und könnte es sein, dass wir vielleicht hier ein Beispiel in die Polarität ein bisschen rausnehmen und diese Energie, die ich normalerweise für die Extreme verwendet habe oder könnte, dass ich die dann nehme, um mich selber mehr zu erforschen, als die Thematik immer mehr in die Extreme zu bringen. Das ist vielleicht noch vorweg, dass wir da nochmal ein bisschen ein Hineindenken haben. Ja, jetzt zu dem Ersten. Ja, zu dem Ersten. Ja, zu dem Ersten. Also das erste Thema hast du bezeichnet, Krankheit, Schicksal, Heilung. Kannst du vielleicht mal sagen, was du damit meinst? Ja, gut, das ist gut. Erstmal, wenn wir das Wort Schicksal benutzen, heißt es ja Schicken, Senden, Heil. Kennst Schick, ich verschicke was, ich versende was mit der Post oder mit dem PS heute. Und Saal kennst du auch vom Althochdeutschen, nämlich von dem Wort Saal und heute Salbe. Okay. Saal heißt übersetzt Heil. Also die wörtliche Bedeutung, die ursprüngliche Bedeutung heißt es, Schicken, Senden, Heil. Okay. Und vielleicht immer, wenn wir jetzt das so durchgehen, wenn wir uns ein bisschen auf drei Punkte, Schwerpunkte, dann immer, ich könnte jetzt wieder 40 Stunden über alles erzählen, kannst du dir vorstellen. Ja. Was war mein Gedanke dabei? Erstens, dass der Mensch erstmal wieder versteht, wahrnehmt, dass er eine Individualität ist und seine ganz persönliche Individualität besitzt. Das Zweite ist, dass der Mensch sich ein bisschen bewusst macht, dass wenn er hier hineingeboren wird in diese Welt, in unsere Zeit, dass er ausgestattet wurde mit einem Denken in unserer Zeit, mit einem rational-wissenschaftlichen Denken und natürlich mit bestimmten Dogmen, mit bestimmten Glaubenssätzen. Ich bezeichne das Ganze dann als, ja, er ist in eine Norm gesetzt worden und die Herausforderung von Schule, selbst schon im Kindergarten, die wollen ja uns immer dorthin ziehen, dass wir normal werden. Also was die Norm gerade von uns möchte. Und da haben wir natürlich dann die Situation oder das Fragezeichen, hat es noch was mit Individualität zu tun oder geht es dorthin, dass ich Norm sein soll, alle gleich sein sollen? Damit wird natürlich selbstredend die Individualität des Menschen entfernt, weggenommen, was immer wir jetzt darüber sagen möchten. Und bitte, wenn ich hier Individualität meine, dann meine ich am wenigsten Ego, im Sinne, ich bin der Beste, Größte, Schönste. Ich meine hier Ich, wenn es um die Ich-Bedürfnisse geht, im Sinne, ich habe Hunger, ich habe Durst, ich möchte jetzt schlafen. Und mir geht es hauptsächlich um diesen Bereich des Selbst, selbst, das in mir wohnt, meine wirkliche Individualität ist, und andere Kulturen bezeichnen es als Bewusstsein, wo ich hier bitte nicht freudsche Bewusstsein meine, mit Ober- und der Unbewusstes. Und in den Religionen finden wir häufig oder in esoterisch informierten Kreisen finden wir häufig dann das Wort Seele. Wir können auch sagen, jeder Mensch besitzt eine Individualität. Und in diesem Video geht es darum, dass der Mensch einen Weg gegangen ist hin zur Norm und die große Frage bleibt dann offen, wo ist seine Individualität geblieben? Und jetzt können wir uns natürlich auch mal die Frage stellen, der Auftrag war vielleicht, die Individualität zu lieben und nicht die Norm zu lieben. Und welche Chance hat jetzt unsere Individualität, unser Bewusstsein denn, ja, mitzuteilen, dass sie auch existiert und diese Lebensaufgaben, diese mitgebrachten Lebensaufgaben dann, ja, erstmal erkannt werden und gelebt werden. Und davon, ja, und davon erzählt eben Krankheit, Schicksal, Heilung. Und ich habe, der Hauptgrund ist erstmal, dass der Mensch in diesem Video erstmal wieder zurückfindet zu seiner Individualität, wenn das Schicksal schon eingegriffen hat oder Krankheiten eingegriffen hat, dass er versteht, warum, dass er wieder auf diesen individuellen Weg gesetzt werden kann. Und dort lauert dann noch eine große Gefahr in unserer rationalen Welt, dass die Menschen bestenfalls dann ihre Krankheit wieder weg haben und dann weitermachen wie vorher. Und die große Herausforderung ist natürlich, das nicht nur zu bepflastern, wie ich dann immer gerne formuliere, sondern mal wirklich hinein zu denken, was ist denn durch die Krankheit anders geworden, was ist durch Schicksal anders geworden. Und vielleicht könnte das ein Fingerzeig sein, in ein ganz anderes Denken hinein und vielleicht auch manchmal in eine ganz andere Lebensweise ab diesem Zeitpunkt. Und darum geht es um den Film Thema 1. Bevor wir zum Thema 2 kommen, vielleicht, wir wollen ja für die Teilnehmer mal ein Stück weit auch den Nutzen herausarbeiten. Kannst du gleich in dem Satz nochmal den Nutzen von dem ersten Teil zusammenfassen? Der Nutzen vom Krankheitsschicksal, Heilung ist, oder den Gedanken, den ich dabei hatte, den Menschen einen Nutzen zu bieten ist, hineinzudenken, dass es eine Individualität gibt, die Möglichkeiten zu suchen, wann kann ich meine Individualität und wie erleben, weil am Ende des Ganzen wird ja nicht abgerechnet, wie viele Rätseln ich gegessen habe oder Thüringer Bratwurst, die ich gegessen habe, sondern es wird die Frage von den meisten Menschen dann doch gestellt, was hatte ich hier auf Erden im Sinne meiner Individualität. Und leider in unserer Zeit ist es ja auch so, dass viele Menschen wirklich nicht mehr ihre Individualität leben können, sondern in der Masse, wie wir es formulieren, dann untergehen müssen. Und leider Gottes können wir hier hinzufügen, dann Schicksal und Krankheiten erleben müssen. Beziehungsweise nicht, okay. Ja, zum Thema 2, da geht es bei dir um sieben Bewusstseinsgesetze. Ja. Was meinst du denn damit? Kannst du das kurz beschreiben? Ja. Es ist so, ich habe es, wir haben ja jetzt gerade Juni 2020 und ich habe vor dieser Zeit, die wir gerade durchwandern, manche werden es Krisen bezeichnen, immer mit mir noch überlegt, nennst du es Bewusstseinsgesetze, nennst es Schicksalgesetze, nennst es die geistigen Gesetze und habe mich dann entschlossen, es Bewusstseinsgesetze zu nennen. Es gibt sieben Urprinzipien. Das heißt, diese Welt ist ja nicht ein Chaos im Sinne von, wie funktioniert das Ganze. Es ist eingeordnet Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Es ist Tag und Nacht. Es gibt Ebbe, Flut. Also es gibt bestimmte Gesetzmäßigkeiten, die hier wirken. Okay. Und generell wirken? Bitte? Generell wirken oder? Immer. Vielleicht ein Bild. Bevor diese Welt hier entstanden ist, muss es ja irgendwelche Mechanismen gegeben haben, die das überhaupt zugelassen haben, dass das entsteht, was jetzt entstanden ist. Und bitte noch bevor der Mensch hier mit hineingetreten ist. So, und diese sieben Urprinzipien haben Wirkmechanismen, die sich sowohl auf die Erde übertragen lassen, also unser Universum, wie auch auf den einzelnen Menschen, wie auf die Kommunikation, wie aufs Leben. Und da war mir wichtig bei den sieben hermetischen Prinzipien, dass der Mensch, Mensch, die mit uns zu tun haben, auf uns einwirken, im Sinne als Gesetzmäßigkeiten, wo das Wort Gesetzmäßigkeiten hier auch wieder nochmal so eine eigene Semantik in unserer Zeit hat. Noch besser wäre die Benutzung, wenn man tiefer hineingeht, es sind die Urprinzipien, die Welt und Mensch haben, sonst gäbe es beides nicht. Ja, sonst würden wir, Beispiel Polarität, wir würden nur essen und es würde unten nicht mehr rauskommen. Das ist ein sehr gut anschauliches Beidespiel. Genau. Und meine Motivation ist da, dass die Teilnehmer dieses Bewusstsein erzeugen, schau hin, das gibt es. Und die Frage lautet, muss ich wieder in Extreme mit durch oder kann ich mich ein bisschen herausnehmen, meine Lebensenergie nicht für Extreme wiederverwenden, sondern ich weiß, es gibt es, dass diese Extreme reduzieren und meine Lebenszeitenergie dafür verwende, wieder sich um mich zu kümmern. Klingt sehr spannend. Ja. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, der Nutzen ist, die Lebensenergie vernünftig zu dosieren. Genau. Das ist der Zweck des Teils Wurst. Ja. Thorsten, mir denke nochmal, wenn einer den ganzen Tag über seine Schwiegermutter schimpft und vielleicht er sich noch als Lebensaufgabe gestellt hat, dann wird er so viel Lebenszeitenergie aufwenden und vielleicht hat er sich mal die Frage stellen sollen, um davon ein bisschen befreit zu werden, wofür ist meine Schwiegermutter auf der Welt? Was sind ihre Lebensaufgaben? Okay. Vielleicht hat sie als Lebensaufgabe kämpfen, siegen. Du weißt ja, dass ich Urhebräisch mache, dass ich kabbalistische Numerologie mache. Also Urhebräisch vielleicht nochmal, damit wurde die jüdische Bibel geschrieben. Also es muss ja vorher Zeichen da gewesen sein, damit ich was schreiben kann. Genau. Und wir befinden uns dann bei dieser Thematik wirklich hinter der Torarrolle der jüdischen Bibel und mit diesem Instrument dann, das ist dann kabbalistische Numerologie, wo durchgerechnet oder ausgerechnet wird, wofür ist ein Mensch auf der Welt? Es wird dann mit einer Rechenforme, die unsere Zeit, unsere Kultur nicht braucht, obwohl sie schon immer seit Bidakura spätestens existent ist. Nur wir brauchen ja in unserer rationalen Welt, wo alles nur unter rationalen, messbaren, begreifbaren Gesichtspunkten gesehen wird, bestimmte Rechenformen nicht. Bitte denke auch mal dran, die wissen heute noch nicht, wie die das gemacht haben mit den Pyramiden. Ja, okay. Also um diese Thematik, sieben Bewusstseinsgesetze geht es mir dort, um den Menschen zu sagen, schau hin, da gibt es was. Und die Frage, willst du in meine Extreme mit oder beginnst du mal zu sagen für dich, okay, gib es und gib meine Lebenskraft, meine Lebenszeitenergie in vielleicht die Entwicklung meiner Individualität. Okay. Ja? Im Thema 3 geht es um Kommunikation. Du sagst dazu Master of Communication. Ja. Was meinst du denn damit? Ja, da haben wir wieder die Thematik, weil weder an Schulen noch an Universitäten wird gelehrt, die Kommunikation hinter der Kommunikation. Was meinst du damit? Ich mache mal wieder ein Beispiel, weil wir ja den roten Faden schon Polarität haben. Denke mal, es wird auch nicht gelehrt, dass es diese Sieben-Uhr-Prinzipien gibt, wird auch nicht gelehrt in den Schulen, Universitäten. Und das Prinzip der Polarität in der Kommunikation sagt, willst du in die Spannung, dann benutze zum Beispiel das Wort aber. Möchtest du in die Harmonie, dann benutze das Wort und. Weil das Gehirn des Menschen dann ganz anders das aufnehmen kann. Beispiel, ich würde jetzt sagen, aber Dresden. So, jetzt bist du schon in der Verteidigung. Wenn ich sage, und Dresden, dann geht es dem Gehirn ganz anders vorwärts. Auch hier wieder, um diese Herausnahme, lieber unterhalten wir uns dann über andere Dinge, als jetzt eine Stunde zu diskutieren, aber Dresden. Okay. So, dann kommt noch dazu, dass aus Sicht der Kommunikation die wenigsten, die allerwenigsten Menschen verstanden haben, dass sie alleine auf der Welt sind. Es ist im ersten Moment nicht ganz so leicht, einfach damit hineinzudenken, nur ein nüchternes Auge zeigt, jeder Mensch ist in der Kommunikation alleine auf der Welt. Er ist seine eigene Kommunikationsinsel, sein eigener Planet. Und auch wenn wir jetzt miteinander kommunizieren und ich Schallwellen versende, dann geht es ja zu deinem Ohr und du erzeugst damit ein Erfahrungsbild aus deiner Welt. Beispiel, wenn ich sage Schwimmbad, dann habe ich mein Schwimmbad im Gehirn und du dein Schwimmbad. Und ich versende ja diese Schallwelle Schwimmbad und die Herausforderung ist ja bei dir, dass du dann in deinem Gehirn dein Schwimmbad nimmst, um mit mir zu kommunizieren. Leider Gottes möchten sehr viele Menschen, die generalisieren, dass der Mitmensch es so gefälligst haben und machen sollte und diese Werte haben sollte, die ich habe. Nur dann ist er mein Freund. Und wenn er Gleichheiten hat, ist er mein Freund. Und wenn er andere Werte, andere Bilder im Gehirn hat, ist er nicht mein Freund. Und hier wieder diese große Gefahr, diese Spannung, dass die Menschen lernen, jeder Mensch ist individuell. Und ob das gut oder weniger gut ist, er muss ja selber durch. Wenn du sagst, du magst Wohnwägen und fährst nur mit Wohnwägen in Urlaub und dein ganzes Leben wird Wohnwagen Urlaub sein, dann mag das ja gut sein. Und viele würden jetzt sagen, das kann doch nicht sein, du kannst doch nicht dein ganzes Leben mit Wohnwagen Urlaub fahren. Dann muss ich sagen, da hast du das Ding nicht verstanden, denn wenn ihm es Spaß macht, ihm gefällt und damit er erfüllt ist, dann ist alles in Ordnung. Und ich muss ja nicht mit, im schlimmsten Fall. So, nur die meisten müssen jetzt im Gehirn dann ihr Bild versuchen, dir noch zu verkaufen, dass du gefälligst das machst, was sie möchten. Und aufhörst ständig mit dem Wohnwagen in Urlaub zu fahren. Also, du merkst wieder, dass auch hier die Menschen, das wird an der Schule nicht gelernt, das wird an den Universitäten nicht gelernt. Und dient wieder dazu, in der Kommunikation natürlich auch, ich habe Körpersprache eingebaut. Ich habe eingebaut, Charakterkunde, dass er erkennen kann, was ist den Mitmenschen wirklich wichtig. Ich habe Menschenkenntnisse auch eingebaut, die Programme, die Werte noch dazu. Das, jeder hat seine Werte. Jetzt kann man wieder sagen, sind gut, sind schlecht, hat damit nichts zu tun, weil ich muss nicht mit deinem Leben, du musst aber auch nicht mit meinem Leben. Und die Herausforderung, bitte? Die Herausforderung ist, verstehen zu lernen, dass in der Kommunikation jeder Mensch alleine auf der Welt ist, dass ich diese, der soll werden, wie ich Energie wieder wandle, in diese Energie, um mich persönlich individuell zu kümmern. Kommt doch ein Stück weit Toleranz da drin vor, ne? Trifft es der Begriff Toleranz oder würdest du sagen, nee, das ist, das verfehlt das hier? Hier, Toleranz einmal ja, die andere Seite bei dem Wort Toleranz hängt sehr stark auch mit Gleichmacherei wieder zusammen. Wir müssen alle Toleranz einmal ja, diese Wort benutzen. Okay, Semantik. Und wenn wir sagen, alle Toleranz sein, Gleich sein, dann haben wir wieder unsere Norm und hier gilt es dann, dieses große Fragezeichen zu setzen, was ist jetzt von der Semantik gemeint? Gut, dass wir nochmal drüber gesprochen haben. Ja, genau. Dass wir jetzt gesagt haben, okay, das ist es nicht. Ja. Wollen wir kurz über das Thema 4 sprechen? Über das 4? Ja. Ja, okay, damit jetzt wieder. Da geht es um Gefühle, da geht es um Beziehung, um Liebe, um Liebesschmerz. Ja. Was meinst du damit? Ja, jetzt an keiner Schule, keiner Universität wird gelehrt, was Gefühle sind, was Gefühle machen und welche Wirkung Gefühle auf uns Menschen haben. Es fängt schon an bei dem Wort fühlen. Fühlen, meine ich jetzt fühlen Hauttasten oder meine ich fühlen mein Bauchgefühl. Also wir haben in Deutschland nicht mal zwei Begriffe für dieses Wort fühlen. Okay. Hier geht es mir wieder darum, viele Menschen erleben Gefühle und gehen damit in die Extreme. Und du kennst ja jetzt wieder meine Antwort, mir macht es keinen Spaß, wenn ein Mensch jahrelang in Gefühlszuständen ist, die er nicht bräuchte, wenn er wüsste, was Gefühle mit ihm machen und wie er sie selber mit beeinflussen kann und auch in eine andere Richtung lenken kann. Hier wären wir bitte auch im vitalenergetischen Körperbereich. Gefühle kann man ja nicht messen. Wir können ja kein Fieberthermometer uns hier reinklemmen und sagen, jetzt ist er auf 45, jetzt ist er auf 80, jetzt ist er auf 90. Sondern es gehört ja in den vitalenergetischen Bereich und damit natürlich kennt jeder, wenn er negative Gefühle hat, ist selbst seine Körpersprache eine andere. Wenn er positive Gefühle hat, ist seine Körpersprache eine andere. Bitte, ich meine hier nicht nur positiv denken, denn mir würde genügen, wenn 51% positiver Energie, weil es gibt Situationen im Leben, da muss ich genauso mal negativ denken wie positiv denken. Diese reinen Positivdenker, die nehmen in ihrem Gedanken die Welt der Polarität weg, nur auf einen Pol wieder zu setzen. Sondern es wird immer beides geben. Es ist nur die Frage, wie stark ich das zulasse, in die Extreme zu gehen. Und dann haben wir noch die Situation, dass wir ja auch im partnerschaftlichen Bereich Gefühle haben. Und es geht dort auch hinein, das geht darum, vielleicht ein Bild hier noch dazu. Gefühle dienen auch dazu, unsere Außenwelt, was wir durch die fünf Sinne wahrnehmen, zu verarbeiten in unserem Gehirn, in unserem Leben. Und das kennst du, wenn du einmal an einen Urlaubsort fährst, wo du noch nie warst, ist der emotionale Zustand ein anderer, als wenn du schon zehnmal an dem Ort warst, dann bist du schneller angekommen. Und es bedarf auch nicht dieser Emotionalität. Genauso lässt sich das übertragen im Bereich der Partnerschaft. Da lernen sich zwei Menschen kennen, die müssen sich verlieben, sonst würde das ganze System nicht funktionieren. Und jetzt muss man bitte auch mal wissen, dass, wenn die Frau weiß, wie der Mann aussieht, wie er riecht, wie er schmeckt, was er sagt, dann hat das Gehirn das irgendwann verarbeitet. Und dann ist es gleich, immer das Gleiche kommt an und dann sagt das Gehirn, dann brauche ich nicht mehr so viele Emotionen. Jetzt neigen viele Menschen dazu, nach einigen Jahren zu sagen, ich fühle nicht mehr das, was ich damals gefühlt habe, wie ich dich kennengelernt habe. Also bist du kein Guter mehr. Deshalb habe ich diese Filmgefühle mit konzipiert und dann auch gedreht, auch zwei Stunden, weil ich will, dass die Menschen hier wissen, mit der Motivation wieder die Lebenszeitenergie woanders hinzuverwenden. Weil wenn du die Oma hasst oder wenn du seinen Bruder oder Schwester hasst, dann erzeugt der so viel Energie, die er sich sparen könnte, wenn er weiß, was Gefühle sind, was sie mit ihm machen. Und wenn er so immer wieder Gefühlszustände aufbaut, dass es natürlich sich auch somalisieren kann und daraus beispielsweise Magengeschwüre entstehen, wenn ich über Jahre hinweg solche Energie in meinen Körper hineingebe. Und bitte, fetal energetischer Körper, jeder weiß, wenn ich positiv denke, geht positive Energie in den Körper rein. Und Energie ist nach dem Gesetz der Physik, gibt es keine tote Energie, also muss es ja irgendwo hinwandern. Und hier wären wir auch im, ich habe ja auch vier Bücher über psychosomatische Krankheiten geschrieben, hier wären wir dann auch in dem Bereich, welches Organ psychosomatisch gesehen, dann verantwortlich ist natürlich für Gefühle. Okay, ja. Okay. Thema 5. Beschreibst du das Leben im Hier und Jetzt? Ja. Was meinst du? Ja, die erste Herausforderung ist, dass wir ja nur im Denken, und bitte das auf der Zunge zergehen lassen, nur in unserem Denken haben wir in Wirklichkeit Vergangenheit und Zukunft. Wenn wir was tun, können wir nicht zurück in die Vergangenheit und können sagen, wollt ihr vor 20 Jahren ein Haus bauen und baue es jetzt, kann aber auch nicht vor 20 Jahren sagen, wenn ich dort mal in dem Alter bin, dann habe ich schon mein Haus, sondern ich kann immer nur im Hier und Jetzt eingreifen in die Welt. Nochmal, das muss man sich auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen, das ist vielen Menschen nicht bewusst. So, und dann kommt eine zweite Thematik dazu, dass gerade unsere Zeit, unsere Kultur sehr geprägt ist von dem Fliegenschwärme der Gedanken, wie es ich nenne. Von außen wird so viele Angebote gemacht für unsere Gedanken, dass viele Gedanken dann gar nicht mehr zur Ruhe kommen, zur Stille kommen und die große Herausforderung ist dann, Gedankenstille ist auch im Hier und Jetzt zu sein. Lässt sich bitte auch übertragen, viele Menschen, wenn sie Mittagessen, Abendessen, dann schauen sie nebenbei Fernseher, dann liegt das Handy noch da, ja, essen die noch oder machen die mehrere Sachen auf einmal. Und hier ist eben meine Motivation, Leben im Jetzt, dass wenn ich was tue, dass ich versuche, soweit es machbar ist, die Gefahr außen ist eine riesengroße, im Sinne des Angebots keine Ruhe zu haben, wenn es machbar ist, dass ich, wenn ich esse, esse. Wenn ich mich tusche in der Früh, dass ich mich tusche und nicht tausend andere Gedanken nebenbei ablaufen, denn mein Körper hat es ja auch verdient. Und so würde sich das jetzt auf alle Momente unseres Wachbewusstseins übertragen lassen, dass wir immer versuchen, wenn wir was tun, unsere Gedanken auch bei dem Tun haben, das ist, was ich gerade tue. Und das meine ich mit Leben im Jetzt. Wenn man sich bei Kindern viel abschaut, habe ich das Gefühl, die können das auch, oder können das zumindest am besten. Ja, genau. Und das Ziel wäre natürlich, das auch bei uns wieder ein bisschen reinzubringen. Ja. Okay, schauen wir mal auf das Thema 6. Das ist auch das letzte Thema, wenn es um den äußeren Mantel geht. Was geschieht im Augenblick des Todes? Ja, das ist schon dieser Wandel. Äußere und Tod, Verwandlung, Wandel. Ja. Die Herausforderung ist, dass in unserer Zeit, in unserer wissenschaftlichen Zeit und von den Religionen noch eingefärbt, ein eigenartiges Bild entstanden ist vom Tod. Und was dann nach dem Tode geschieht. Die Wissenschaft sagt, dann mache ich das alles aus. Okay, da wird noch Beerdigung gemacht, aber das war es dann auch. Manche Religionen versprechen einem dann, dass er in das Paradies kommt und werden dann auch noch dafür. Oder andere sagen, wenn du nicht so lieb warst, dann wirst du abmarschieren in die Hölle. Okay. So, ich habe mich ja viel mit Überlieferungen beschäftigt, mit Urtexten und beides habe ich so dort nie gefunden. Es beginnt schon, dass wir eben eine vierte Lebensjahreszeit haben. Und zwar, das ist der Winter des Lebens. Und dort erzählt dieser Video schon davon, dass es den Lebenswinter gibt mit all seinen Themenbereichen. Beispiel, dass viele Menschen manchmal nicht dran denken oder es nicht wissen oder vergessen, dass neben, neben der Brille, wir beide gehören ja zu denen, dass irgendwann das Augenlicht sich ein bisschen von uns verabschiedet. So ist es ja auch mit dem Gehör, so ist es mit dem Geschmack, mit dem Geruch. So ist es bitte auch mit unserem Tasten. Und bei älteren Menschen, wenn wir die anfassen, streicheln, die Oma beispielsweise, dann ist die Herausforderung, dass wir sie viel länger anfassen, viel länger berühren, weil sie auch das reduziert hat, der Tasten. Ich denke gerade, ich bin ja auch ein bisschen unterwegs im Bereich der Demenzmenschen. Und dort ist auch faszinierend, man muss einfach länger älteren Menschen dann anfassen, streicheln, um dieses gleiche Empfinden zu haben, was einer hat, der noch keine Brille braucht im Übertragen. Leider gibt es halt für unseren Tasten kein Gerät, das das managen kann wie die Brille oder das Hörgerät. Ja, dann dort hinüber, was erzählt uns die Überlieferung, die Überlieferungen vom Leben nach dem Leben, ohne eingefärbt nochmal bitte von Religion, das wird dort sehr ausführlich beschrieben, weil ich der Meinung bin, mal hineindenken, dass vielleicht die Individualität nach unserem Tod nicht weg ist, was uns übrigens auch die Physik lehren würde, denn es kann niemals verschwinden. Es erlebt nur Transmutationen, Verwandlungen. Wir können ein Stück Holz verbrennen, dann entsteht Wärme, die Wärme geht in die Atmosphäre und, und, und. Ja, und so gehen wir dort in die verschiedenen Traditionen und durchwandern, durcharbeiten in diesem Videothema, was uns diese Form nach dem Tode erzählt. Okay, spannend. Gehen wir in die innere Welt, in den inneren Mantel. Ja. Dort sprichst du im Thema sieben, in dem Film sieben von vier Weltbildern. Ja. Was meinst du denn damit? Wir sind ja, wir haben euch ja schon mal ein bisschen angesprochen beide, wenn man geboren wird, dann kommen wir in dieses rational, wissenschaftliche, logische, kausale, messbare, begreifbare Denken hinein. Und dort hängen wir jetzt drin, im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch früher, zu meiner Zeit, war es ja noch so, dass Linkshänder-Tum in der Schule noch gnadenlos abtrainiert worden ist, weil es würde diese Hemisphäre bedienen, diese Hemisphäre wäre analoges Denken. Und so mussten wir logisch, rational, wissenschaftlich lernen. Und wer nicht mitkam, wer mit der anderen Hemisphäre lernen hätte müssen, der war dann ein schlechter Schüler, ein schwacher Schüler und ist im schlimmsten Fall sogar noch sitzen geblieben. Ja, dass es daneben andere Denksysteme, die ich als Weltbilder beschreibe, gibt, das wurde uns erstmal nicht gesagt und gleichzeitig noch als dumm verkauft, im besten Fall. Es gibt daneben natürlich ein analoges Denken, dass alles, wenn ich möchte und somit hineindenken möchte, der Rationalist muss jetzt schon wieder kopfschüttelnd daneben stehen und sagen, sowas kann es doch nicht geben. Muss man auch vorsichtig sein, weil manche, was aber bitte wieder sein muss, Polarität, es muss Menschen geben, die ausschließlich im rationalen Denken zu Hause sind, weil sonst gäbe es die anderen wieder nicht, okay? Ein analoges Denken gibt, dass alles, was wir wahrnehmen, einen Charakter besitzt. Dass ein Gänseblümchen einen anderen Charakter auf uns ausstrahlt als eine Sonne. Dass bestimmte Möbel, Einrichtungsgegenstände, was anders ausstrahlen als andere. Ein bayerischer Möbel steigt ganz anders aus, wenn ich in einen bayerischen Raum reinkomme, gestaltet, als wenn der afrikanisch eingerichtet ist. Und wir sprechen davon analog, dass es anders auf uns wirkt, eine Wirkung hat und entsprechend, wie sein Wertesystem ist. Es kann sein, jemand mag nicht Bayern im Wertesystem, dann würde es ja gleich wieder ablehnen. Oder er mag nicht Afrika, dann muss er es auch wieder ablehnen. Oder er kann wertfrei damit umgehen und es auf sich wirken lassen, ohne gleich wieder zu favorisieren. Das ist das zweite Weltbild. Und die Innenarchitekten, die sollten in der Lage sein, oder auch, denken wir bitte mal an Corporate Identity, also wo Werte entstehen und daraus eine Unternehmensphilosophie kreiert wird, die sollte sich an diesem Team orientieren. Drittes Weltbild, das ist die spirituelle Welt, dass Dinge sind, was nicht von dieser Welt sind, im wahrsten Sinne des, und ein ganz anderes Denken erfordert. Und darum geht es mir dann. Wenn ich heute mit dem rationalen Denken, das nur horizontales Denken zulässt, also von rechts nach links, links nach rechts, Vergangenheit, Zukunft, Zukunft, Vergangenheit, so auch dann die Welt gedacht werden muss, dann muss die große Frage stellen, nee, so darf ich nicht, sondern wenn ich in diesem dritten Welt bin, Spiritualität, ist die Aufgabenstellung von oben nach unten, vertikal zu denken. Sonst tue ich diesen System Unrecht. Und dort wären wir auch beispielsweise im Bereich der Homöopathie. Wenn ich rational Homöopathie nehme, dann muss ich sagen, im ersten Weltbild muss ich aussteigen, und der darf dann auch aussteigen, weil er in anderen Weltbildern, in andere Denksysteme nicht mit hinein kann oder nicht mit hinein will, wegen mir. Nur, dass sowas immer existiert hat, ich denke jetzt auch gerade an traditionelle chinesische Medizin, die ja für den rational Denkenden mehr als nur Humbug ist, auf der anderen Seite die Chinesen das seit 3000 Jahren praktizieren, gut, jetzt kann ich wieder sagen, die waren immer so dumm, nur vielleicht ist hier auch mal ein Fragezeichen zu bringen und sagen, dass es neben dem funktionalen Körper vielleicht noch einen vitalenergetischen Körper gibt und dort die traditionelle chinesische Medizin ihr Schwerpunkt legt, um dann den organischen Körper zu heilen. Also ein ganz anderer Ansatz wie in der Homöopathie auch, dass ich auf verschiedene Schwingungsebenen gehe, was die Schulmediziner natürlich nicht akzeptieren kann und darf, weil sie eine ganz andere Ausrichtung hat. Bitte wo hier, vielleicht ist noch das Vierte, und da geht es darum, Denken und Handeln aus dem Ursprung, rein vertikal, am bestenfalls noch wie oben, so unten, dass es bestimmte Ebenen gibt, Auskristallisierungsebenen, Schwingungsebenen und dass wir hier diese Urprinzipien, ob wir wollen oder nicht, erleben und erfahren müssen und nur innerhalb dieser Leben können, weil sie unser Leben mitbestimmen. Wo das Wort Mitbestimmung schon wieder gefährliches Wort ist, weil manche sich wieder einreden, dass sie ihr Leben ganz alleine im Griff haben. Da wird hier ein kurzes Hineindenken, eines schon ein bisschen älter gewordenen Menschen und wenn er ehrlich ist und die wenigsten sind hier ehrlich oder versuchen, alles zu verdrängen, wenn sie ehrlich sind und sich die Frage stellen, was er mit 14 werden wollte und das Ganze dann 50 Jahre später anschauen, müssen sie zugeben, dass vieles nicht so war, wie sie sich damals erträumt haben, erhofft haben oder sich gewünscht haben. Also, dass vielleicht doch noch unsere Individualität ein bisschen Mitsprache recht hat. Wir können auch sagen, unsere Seele, wir können sagen, unser Bewusstsein. Die Begriffe spielen hier bitte nicht die zentrale Rolle und das ist natürlich auch bei Heilung. Beispiel, es erkrankt ein Mensch, die Masse der Menschen, die zur Schulmedizin was sein darf. Es ist hervorragend, denke mal bitte an die Diagnose, denke Blutbilder, denke Computertomographie und, und, und. Hervorragend. Nur viele Menschen gehen jetzt nicht mit, können nicht mit, weil sie so geimpft worden sind, hier darf man das Wort mal nehmen, mit dem rational-logischen Denken, dass alles andere schon weggenommen wird oder die Achtung der Götter in Weiß noch so eine große Bedeutung hat, dass sie nicht mitgehen können, dass es vielleicht andere Handlung, Heilungsmethoden gibt, Homöopathie. Akupunktur oder was wir jetzt noch bitte alles hier mit hinein denken, Bachblüten oder, oder, oder. Und da ist in meiner Motivation einmal, dass der Mensch versteht, dass es anderes Denken gibt und anderes Wissen, das mit dem logischen Denken nicht nachvollziehbar ist, auch gar keinen Anspruch hat, dadurch nachvollziehbar zu werden und bei Heilungen ich vier verschiedene Denksysteme, Weltbilder nehmen kann, um meinem Körper zu helfen, wieder in die Gesundwertung zu gehen. Unabhängig davon, dass wenn ich raussehe aus mir, natürlich, wenn ich vier Denksysteme habe, auch sehen kann, dass die Sonnenblume einen anderen Charakter hat, als das Gänseblümchen, was aber bitte nicht werden, besser, schlechter, größer und so ist. Deswegen vier Weltbilder und wenn heute Menschen im dritten Weltbild, Spiritualität zum Beispiel, unterwegs sind oder auch Homöopathie und dann viele, leider Gottes, die Menschen immer noch missionsmäßig verkaufen möchten, du musst doch, um die auch ein bisschen zu befreien, wenn der nicht kann, dann wird er auch nicht. und es loszulassen, das ist da die große Herausforderung. Dieser Film geht viereinhalb Stunden, weil ich alle aufgehe und an Beispielen, an heutigen Beispielen natürlich dann versucht habe, durchzugehen mit den Teilnehmern, erklärt habe und und und. Also wenn ich Teilnehmer meine, dann sehe ich einen Video-Online-Kurs, ich arbeite mit dem bestimmte Themen durch und wir schauen dann hinein, was erzählen uns die jeweiligen Kulturen, die jeweiligen Traditionen, aber bitte dann wieder bezogen aufs Hier und Jetzt. Okay? Mir fallen da auch viele Fragen noch ein, aber wir wollen ja heute auch bloß einen Abriss geben und einen Überblick verschaffen. Ja. Deswegen, lass uns mal zum Thema 8 gehen, zum Film-Thema 8. Da geht es um Erwachende Erde im Bewusstseinszeitalter. Ja. Was verbirgt sich denn dahinter? Ja. Da muss ich schnaufen, Körpersprache, weil bis vor drei Monaten hätte ich noch sehr fürsorglich überlegt oder hatte auch sehr fürsorglich überlegt, was bringst du? Durch die Thematik jetzt mit dem Virus ist eine ganz andere Situation entstanden. Die große Herausforderung bei diesem Video-Film-Thema ist, dass in unserer Zeit, in unserer Kultur die Vielheit, die Thematik größter, bester, schönster, höher, weiter, immer mehr zugenommen hat. Immer mehr in die Existenz gegangen ist. Das kannst von der Schule beginnen, immer mehr Lehrstoff, immer mehr nur Einser haben und die anderen waren dann schon die Bösen. Das kannst du hinübertransportieren in Unternehmen, wo es nur noch um Größter, Bester ging und immer um mehr noch verdienen, Gewinne machen. Und dem musste sich die Welt der Individualität total unterordnen. Gut, dann ist mal einer rausgeflogen, weil er Burnout bekommen hat. Dann wurde er klassisch wieder behandelt, im Sinne jetzt mit Medikamenten, wenn es am besten noch geht, um den wieder zurückzubringen in dieses Hamsterrad. Das war ja die große Thematik. So, dass auf der anderen Seite im Hintergrund schon sich abzeichnete, wer ein bisschen Blick für sowas hatte, dass es in diese Extreme nur noch bedingt weitergehen konnte. Auf der anderen Seite gibt es, wenn wir rational reinschauen, auch Analogien, dass jede Hochkultur an bestimmte Grenzen kommt. Wir sind ja in unserem Abendland, westlichen Abendland und USA eine Hochkultur zur Stunde und diese Hochkultur, wir hatten andere Hochkulturen, wir hatten Maya, wir hatten Römer, wir hatten die Griechen, was wir jetzt noch anschließen möchten. Also es zeigt uns die Geschichte, die sind auferstanden aber immer wieder zusammengebrochen. So, vielleicht hätte es so sein können, dass hier jetzt gerade auch so eine Hochkultur zusammenbricht, vor dieser Viruszeit und was passiert gerade den Menschen weltweit, wird weggenommen, vielheit. Größter, bester, schönster. In unserem Bereich extrem, weil wir weitesten ausgedehnt waren und Amerika dazu. So, und davon erzählt einmal die erwachende Erde, dass wir in einem Wandel sind, in einem Wandel sind hin zu unserem Bewusstsein und dass die Aufgabenstellung jetzt wieder mehr dorthin geht, nicht mehr meine gesamte Lebenszeitenergie in diese Vielheit, in dieses Massenbewusstsein zu geben, sondern wieder Lebenszeit, Kraft, Energie hinüber zu führen in die Individualität. Bitte nochmal, ich meine hier nicht Ego, sondern Sinn machen des Lebens. Genau, und das sind auch fast vier Stunden, was dieser Film darüber erzählt. Natürlich aus den einzelnen Kulturen und Traditionen wieder auch, ich habe auch ein Beispiel hier drin, Altes Testament, was dort wirklich drin steht und was wirklich vom Bewusstsein des Menschen erzählt wird und 99,9% werden jetzt wahrscheinlich Kopfschülle dastehen müssen und sagen, was hat er jetzt wieder, nur es steht in Reinheit und Klarheit, wenn man es loslöst von den kirchlichen Ideen, in Reinheit und Klarheit des Bewusstseins des Menschen in kleinste Teilchen beschrieben und sowas von logisch wie Gänsefüßchen verständlich, dass manche es, denke ich, nicht glauben können, was da drin steht. Okay, klingt spannend, aber wir wollen nicht zu viel beraten. Bitte? Wir wollen nicht zu viel, klingt sehr spannend, aber wir wollen nicht zu viel beraten. Ja. Lass uns mal zum Film 9 gehen, zum Thema 9, da geht es um die Urgeschichte von Welt und Mensch. Ja. Es gibt eine Urgeschichte, die in der Welt zur Stunde nicht bekannt ist, die Welt auch nicht bekommen sollte. Denk mal bitte an unsere kirchlichen Einrichtungen. Es gibt sie, gab sie immer, es gibt einen Urtext, dort steht alles wortwörtlich drin, das wird darin erzählt, dann wird erzählt, dass es zwei Strömungen in der Welt gibt, der Welt des Abstieges im Sinne Vielheit, sich nur an der Außenwelt zu orientieren und es gibt einen Weg des Aufstieges zu sich selbst und das ist die andere Beschreibung. Genau, und dort geht es schon ganz schön einmal um dieses Urwissen, zum anderen um diese großen Gefahren, die ständig lauern und eine bestimmte Energie auch möchte, dass wir in diese Energiefelder mit hineingehen, drei Fernseher zu Hause haben und drei Fahrräder, eins für Normalengebrauch, eins für Wochenendausflüge und dann noch ein Mountainbike und was du jetzt alles wieder hören möchtest, das ist die eine Seite und die andere Seite sagt, darf du haben, wenn du dich darum kümmerst, um deine Individualität. Ja, das hat auch über dreieinhalb Stunden Erzählung. Okay, ja. Gut, dann lass uns zum Thema zehn gehen, da geht es um die Deutung und Bedeutung von Schicksal und Krankheit, ursprüngliches Wissen jenseits der heutigen Schulmedizin. Genau, es gibt kein Buch, das ich kenne und ich war in 64 Ländern dieser Erde und sehr häufig in Buchhandlungen ich habe nie ein Buch gefunden, vielleicht gibt es welche, ein Buch gefunden, die erzählt von den ursprünglichen Deutungen und Bedeutungen von Krankheiten. Ich meine hier nicht psychosomatische Deutung, das ist Orientierung an unserer Psyche, psychosomatisch. Ich meine hier Erkrankungen der Seele, was wieder eine ganz andere Betrachtungsweise ist, als das, was wir heute finden im psychosomatischen, wo die Schulmedizin ja sowohl psychosomatisch nicht gerne hat, diese Betrachtungsweise, deswegen fragt ein Arzt ja, was hast du? Dann erzählt der Patient und er fragt nicht, was fehlt dir? Früher wurde ja noch gefragt, was fehlt dir? Heute nur noch, was hast du? Ja. Ich glaube, ich habe jetzt wirklich die Beleuchtung aus Sicht der seelischen Krankheiten. Beispiel Partnerschaft, weil wir es vorhin hatten mit Gefühlen. Partnerschaft ist es im psychosomatischen Bereich, ist es die Bezüge, Nieren, die Bezüge zu den Menschen. Das heißt auch, wenn jemand Nierenerkrankung hat, dann muss man psychosomatisch die Frage stellen, privat, beruflich hast du mit irgendwelchen Menschen Beziehungsprobleme. Kann beruflich sein, privat sein, privat beruflich. Und im Seelischen bezieht sich es natürlich nur, ob ich eine Beziehung zu meinem Selbst habe. Also nicht mit der Außenwelt, sondern mit der Innenwelt. Ein Beispiel. Ja, sind auch, ich habe versucht, bestimmte Organe und bestimmte Krankheiten sowohl aus der wissenschaftlichen wie psychosomatischen wie aus der seelischen Betrachtung zu beschreiben mit dem Ziel, dass der Teilnehmer sich mal über den Rationalen hinaus bewegt und mal mit hineindenkt, was könnte denn die Symbolik meiner Erkrankung oder für meine Gesundwertung es von Nutzen sein. Interessantes Thema. Ja. Wollen wir zum Thema 11 gehen? Ja. Im Film 11 geht es um die Smaragd-Tafel. Gibt es da nur eine oder gibt es da mehrere? Da gibt es Es gibt welche, die gehen in den Bereich 13 und dann gibt es neunseitig jetzt zwei, die sagen 15, wo bitte wir hier das Wort Smaragd-Tafel bitte nicht wörtlich nehmen, im Sinne von Tafel. Wie Mose ist ja auch hoch, hat die zehn Gebote geholt, die bitte in der Überlieferung nicht Gebote heißen und hat es dann mit Tafel runtergebracht. Es sind Symbole, Einleitungen fürs menschliche Verständnis. Also es hat nichts mit Tafel zu tun? Im klassischen Sinne bitte nicht. Es sind Beschreibungen von wie die Welt aufgebaut ist, wie der Mensch aufgebaut ist, was die großen Gefahren sind und was die Lösung ist. Und zwar dieses Mal nicht aus dem Urhebräischen, sondern dieses Mal aus ägyptisch-griechischen heraus vielleicht noch als hermetische Tradition zu beschreiben. Ich wollte nochmal von einer anderen Seite das Ganze beleuchten. Nicht, dass ich zu einseitig bin, sondern deswegen auch nochmal aus dem Bereich des Maragdhafenes beschreiben, dass die Teilnehmer erkennen, dass es nicht nur in der einen Tradition diesen Themen gab, sondern dass es auch im griechischen gab, im ägyptischen gab und auch im indischen Bereich, wo ich jetzt Tibet und so alles erstmal draußen vorgelassen habe. das Ziel ist hier nochmal dieses Verständnis zu bekommen, dass seit tausenden von Jahren es immer darum geht, kümmerst du dich nur um die Außenwelt, vergisst du dich oder nimmst du beides für dich, um letztendlich mit deiner Innenwelt die Außenwelt zu erleben und nicht von der Außenwelt her gesteuert zu vergessen wird. Und der Begriff Smaragd, ist das auch sinnbildlich oder hat das was mit dem Smaragd zu tun? Sinnbildlich im Sinne, dass es ja doch ein Kristall ist, der eine bestimmte Qualität hat. In Überlieferung hebräisch würden wir das Ganze als Gold bezeichnen. Es sind ja immer Charakter Bezeichnung für irgendwas. Gut, dann kommen wir zum finalen Punkt, zum Film 12. Das ist ja nun eine Warnung, da spricht die Warnung aus. Hände weg von diesem Wissen, von dem verborgenen mystischen und magischen Wissen. Erzähl mal, was willst du uns denn damit sagen? Ja, es gibt Dinge in der Welt, die entweder nicht bekannt sind oder wenn sie in Schriftform sind, in sehr eingekleideter Semantik sind und dort bedeutet natürlich kein Wort, was geschrieben ist, wie jetzt Smaragdhafen, war tolle Überleitung jetzt, natürlich kein Wort, wenn dort steht Lamm, dann ist nie ein Lamm gemeint, wenn dort Berg steht, ist nie ein Berg gemeint, wenn dort steht Herrscharen, dann sind nie Herrscharen gemeint und wenn dort Volk steht, ist nie Volk gemeint. Und aus diesen Schlüsseln heraus kann man auch sagen, wenn dort Tod steht, ist nicht Tod gemeint. Traumdeutung habe ich hier in dem Zwölfer Video nicht mit eingebaut, aber es gibt ja auch verschiedene Traumdeutungen, es gibt die Freud'sche Traumdeutung, dann gibt es die analoge Traumdeutung und dann gibt es die Traumdeutung des vierten Weltbildes und dort ist eine ganz andere Symbolik zu Hause als Traumdeutung als Hilf bei Freud. Ohne das zu werden, ich kann wieder alles nehmen und mal hineindenken, dient ja immer dazu, hinein zu denken, hinein zu schauen, ohne die große Missionierung zu machen. Das ist ja die Gefahr heute bei vielen, dass sie dann missionarisch unterwegs sind, deswegen kann ich ja auch leider Gottes Gott sei Dank in keine Vereinigung gehen, wie Freimauer Loge, Leinbündung oder was jetzt alles hören willst, weil ich dann anfangen muss zu missionieren und meine Motivation ist wertfrei von außen hinein zu denken und es als Denkmodell hinzustellen mit dem Ziel, dass jeder selber diese Gedanken weiter nachgeht, die Gedanken vielleicht entwickelt und manche Themen dann umsetzt für seine Individualität, für sein Leben. Also dort in diesem zwölften Themenbereich geht es wirklich nur kopfschüttelnd, weil es in der Welt so nicht bekannt ist und wenn ich meine in der Welt nicht bekannt, hier darf man es bitte, bitte, bitte wirklich nehmen. Ja, das sind die zwölf Themen. Du hast uns einen super Einblick gegeben, den wir jetzt die 40 Stunden haben wir jetzt mal in einer knappen Stunde auf den Punkt zusammengefasst, vielen Dank dafür. Ja, auch. Und wenn du vielleicht uns oder den zukünftigen Teilnehmern, wenn du dem vielleicht nochmal sagen könntest, was der große Nutzen ist, wenn sie die 40 Stunden sich angeschaut haben, was bringt das zum Vorteil, wenn sie das verpassen würden? Das erste ist, das sind ja die 1 bis 5 diese Teile, wenn einer einen Zugang hat, ein bisschen weiter zu denken. Nicht in der Ration werden verhaftet zu sein, es kann sein, es gibt auch Menschen, die eine Gesundwertung suchen und sich diese Filme holen, die 1 bis 5, es ist ja wirklich der äußere Wandel, der nutzt uns ein bisschen mehr als rational die Welt wahrzunehmen, zu beobachten und zu erleben. Genau, der Nutzen ist, dass ich, Nutzen ist immer so ein gefährliches Wort, deswegen hat es das ich schon wieder, es ist einfach da. Und die Frage, der Blick über den Tellerrand, das ist der Ja, genau, der Blick über den Tellerrand, weißt, und dann das andere ist, dass es die Filme 6 bis 12, wird, dass es daneben noch etwas gibt, das was mit mir ganz persönlich individuell zu tun hat, und die Frage ist, möchte ich mein Leben der Außenwelt geben, oder möchte ich beginnen mit mir, an mir, durch mich und der Außenwelt zu arbeiten, wieder so ein gefährliches Wort, mich dort hineinbegeben, was dann immer passiert, immer geschieht und was der Mensch immer erlebt. Das wäre ein Nutzen in Anführungsstrichen, wo hier bitte immer noch das Wort, Erfüllung, auch wieder so ein gefährliches Wort in unserer Zeit. Die Außenwelt, Fragezeichen, gibt die eine wirkliche Erfüllung, oder ist es mehr Glücksmomente, weil ich mir jetzt das Auto geholt habe, bin ich jetzt glücklich, drei Monate später merke ich nicht mehr, dass ich ein neues Auto habe, das ist ja die Motivation derer, oder finde ich diese Fülle in mir und kann dann aus mir heraus schöpfen oder brauche ich immer die Außenwelt, um diese Befriedigung zu erfahren. Was ich für mich nur sagen kann, ich habe ja deinen Online-Kurs, den habe ich ja schon angeschaut, und ich habe vorher auch schon sehr, sehr viel Richtung Persönlichkeitsentwicklung gemacht und ich kann sagen, dass es einer der wertvollsten Kurse war, die von den Inhalten her gesehen, die ich gemacht habe, es hat mir tatsächlich einen ganz anderen Blick auf die Dinge gegeben, also dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar und du hast es ja gemacht und ich denke, dass es auch für viele Teilnehmer so ein Wow-Effekt, so ein Aha-Effekt ist, da kriege ich gleich Gänsehaut, wenn ich das erzähle, ja, deswegen bin ich dir sehr dankbar. Ja, eins noch vielleicht, da kommt ja auch Körpersprache im Master of Communication und ich kann den Teilnehmern jetzt bestätigen, aufgrund deiner Mimik, dass du es ehrlich und ernst gemeint hast. Ja. Das ist ja der Vorteil bei Zoom, ja. Das ist so schön. Gut, ich hätte gesagt, wenn es anderes gewesen wäre, aber da ich es jetzt so schön gesehen habe, was dein Mimik war und dein Körperausdruck dabei, alles gut. Also kann man vor dem Profi nichts verbergen. Ja. So ist es. Gut, Bernhard, dann hab lieben Dank, liebe Grüße nach Berlin, schauen wir raus, scheint die Sonne noch bei euch? Ja, scheint noch, ist noch. Gut. Also auch danke nochmal für die Zeit, für unser Gespräch und für das Hineindenken in die Thematik. Sehr gerne, immer wieder gerne, bis bald. Mach's gut. Ciao. Tchao. aka? Tchao.